Hallo 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 Und herzlich willkommen zu einem neuen Video Schön, dass ihr da seid Das Video ist jetzt so unnormal spontan Ich glaube, das ist gleich schon 22 Uhr Eigentlich jetzt perfekt zum Aufnehmen, weil jetzt sollte es eigentlich ruhig sein Und ja, deswegen dachte ich mir, ich drehe jetzt noch ein Video Deswegen sehe ich auch schon so ein bisschen verbraucht aus Ja, ich habe heute vielleicht, könnt ihr es schon erahnen, weil ich habe keinen Pop-Shots drauf Ich werde ein paar Maus-Sounds machen Und eventuell auch ein bisschen in der Haul bei Whispering machen Ich bin immer mit meinen Videos nicht so zufrieden, wenn ich keinen Pop-Shots habe, weil ich immer das Gefühl habe bei mir, dass das irgendwie, dass bei mir immer so viel Luft noch mit ins Mikro kommt irgendwie Keine Ahnung Ich finde, bei Marlene zum Beispiel, da hört sich das immer richtig, richtig, richtig heftig gut an Ich habe immer das Gefühl, die atmet einfach gar nicht Und bei mir scheiß das immer Ups, das sagt man nicht, aber bei mir klappt das immer nicht so Aber egal Ähm, ja, ich würde sagen Mach es dir bequem Und starten einfach mal Ich werde auch so ein bisschen Moment Ich werde hier auch noch so ein bisschen Lipgloss benutzen, weil ich habe super viel Lipgloss Ich werde deswegen mit ihr Ich wünsche die Gette zu ihr Lungen. 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 Das ist auf acht. Sie hat diese Oasen. Getzt geflrrt und gut. Du hörst schon mal ein Tuft. Das珍 closest genau wschschsch those Ich glaube wir machen auch noch ein zwei Drittel. oths und dann wieder Mata.'s damit ich ein bisschen Luft bekomme. Kuckuckuck... Okay, von der Luft wird es nicht mehr so. Sleep, also ich muss sagen, Sleep ist mein absolutes Lieblings-Trick, weil das kann man so nochmal gut aussprechen. Sleep, 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 sleep Schlaf, ich weiß nicht, schlaf Schlaf, 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 schlaf Ich kriege mich nämlich mega schlecht laut Okay, ihr Lieben, ich muss jetzt leider das Video beenden Oh mein Gott, meine Kamera geht sonst gleich aus Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen Ich glaube, ich muss jetzt gerne laufen Ich wünsche euch eine gute Nacht Schleift gut Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ihr Lieben Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht